jo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute geht es um die double pump und zwar kann man wieder double pump spielen durch einen kleinen trick also ich habe eine seite gefunden im internet also double pump funktioniert wieder dies glaube ich in season 2 rausgekommen double pump auf jeden fall wird sie wieder funktionieren sie funktioniert wieder hier seht ihr im hintergrund ein gameplay was ich erspielt hatte glaube ich alleine oder mit jemand anderem ich weiß gar nicht aus dem stream mal die tage ist auf jeden fall ganz nice ich würde sagen wir springen mal ganz kurz zu der seite wo ich das gefunden habe und zwar hier auf der mein mmo der link heißt halt meine mmo.de und die schreiben ganz viele sachen also hier fortnet bitte der trick halt der double pumpe wurde abgeschafft nur es gibt einen trick diese legendäre waffe halt ihr könnt das durch durchlesen einfach pause machen oder ich werde das sowieso alles zusammenfassen auf jeden fall wurde der trick halt entfernt wie das halt alle wissen und der ist halt auf handys also auf mobile wieder verfügbar und jetzt hat die frage ob das absichtlich ist oder nicht also alle die ein handy haben oder halt ein ipad wo man das auch spielen kann so mobile version die können dieses spiel also diese double pump halt wieder zocken und ich habe selber ein s9 also wieder für mich ganz ist es dann zocken kann mal gucken ab das halt beabsichtig ist steht auch hier das vielleicht beabsichtigt ist wahrscheinlich ist es auch vielleicht nur ein bug wegen dem patch vielleicht das dann in den tagen den nächsten tagen rauskommen und das wissen wir natürlich nicht mehr aber wir hoffen dass natürlich dass es drin bleibt zumindest auf der mobile version steckt mir nicht dass es eigentlich ein fehler sein würde weil handy sind auch nicht so gut im schießen also im aiming generell deswegen denke ich mal kann das eigentlich drin bleiben und falls ihr neue und hier das video schaut dann werfen fall nach hinten ein abo da lässt auf ehre wir sind kurz vor 900 und bei 1000 aber nicht mache ich ein heftiges turnier und ein heftiges gewinnspiel das heißt heftig 1000 v-box ganz normal easy peasy genau und was aber gerne leichter wenn euch hier diese information gefallen hat für die fall ist dabei pappel wieder verfügbar bis jetzt nur auf dem handy wer weiß ob das wieder reinkommt ins generell ins überall auf als also auf alle plattformen mal schauen werfen fall da ist muss man abwarten und ihr seht ihr gerade noch wie ich den geholt habe ich glaube ich habe den auch mit der sniper geholt oder genau hat man zwar jetzt nicht ganz genau gesehen aber gut auf jeden fall ein sehr sehr geiles gameplay hier was soll ich noch sagen ich glaube ich bin eigentlich durch mit der double pump dass sie auf die seite halt zu finden ist und dass sie halt double pump auf mobile wieder spielen könnt ich weiß nicht ob viele haben wahrscheinlich auch gar kein handy wo man das drauf zocken kann nur halt an die es hat zocken können haben da sozusagen glück und können das dann mit diesem trick halt zocken ich hoffe mal dass es drin bleibt weil warum nicht händen diesen handy spieler sind ähnlich so krass die können eh nicht so viel halt machen weil der das etwas schwerer ist ne ich würde sagen wir gucken uns noch ganz was an wo hier wo ich hier den nächsten geholt habe wir ganzen kids noch mal schnell stimmt den ländern habe ich auch glaube ich gesniped ganz schnell knackig hier nächsten auch der kam dann meinte er müsste action machen müsst euch jetzt mal gucken wie ich den geholt habe einfach das dachte so ich sterbe ne und dann auf einmal kommt er von oben meint er müsste welle machen genau wie ich sagen zeige ich euch den letzten letzten zwei kills hier und dann wäre ich eigentlich um die video durch leute ich will es auch nicht ganz lang ziehen wollte ich nur die information bringt dass es jetzt wieder funktioniert diese double pump und wie gesagt falls euch das video gefallen hat das doch mal gerne like da unten abo werfen von nice wenn ihr euch hier mein kanal weiterhin gönnt und zum ich weiß gar nicht glaube ich habe noch mit mehreren gespielt ne da die zwei die waren eigentlich easy geholt die zwei kills und ja war wahrscheinlich irgendwelche noobs der eine hier vorne zumindest genau ich sagen teilt das video damit jeder weiß dass hier dabei kann wieder geht es sagen haut rein schönen abend noch schönen tag oder ja genau kommt auf einmal das video halt schaut ne bis dann haut rein und teilt gern das video